Es war einmal eine Prinzessin. Ein böser Fluch lag über ihr. Aber an ihrem 18. Geburtstag, Punkt Mitternacht, sollte der Fluch für immer gebannt sein. Haha, das glaubst aber nur du. Willkommen bei Rumpfkäppchen TV. Jeder ist hier. Ich sehe den geschniefen Katz. Wo sind hier die Mietzen? Schneewittchen. Was hier sind die sieben Zwerge? Schon bald bekomme ich meine Rache. Wie um alles in der Welt wollte sie mich denn hier mit in den Finger stichen? Vielleicht wenn man hier irgendwo drückt? Upsi. Autsch. Wir sind hier so schnell wie möglich raus. Mit Vergnügen. Warum sind dann alle eingeschlagen? Das ist alles meine Schuld. Es hätte noch viel schlimmer kommen können. Ruhe kaum. Wir müssen jemanden retten, der unsere Hilfe braucht. Jack. Lass mich runter. Da gibt's nur eins, Zwerge. Auf und zu. Marsch, marsch und durch. Natürlich. Seid ihr etwa Meerjungfrau? Sie warst wie Fischweiber? Wir sind Schermann und Herrmann. Die Meerjungmänner. Dann würde ich meine Flosse nicht reintunken. Vielleicht haben wir ja keine Chance. Aber wir werden sie nutzen. Ja. Gebt ihr das? Schaben sie nur vor. Diese zipfeligen kleinen Kreaturen. Und stehst du mal mit dem Rücken zocker? Hat die mir Jack gemacht? Ich bin Jack. Ich hab'n Burnout. Ein Kinospaß für die ganze Familie. Mit Otto Balkes und den anderen Originalstimmen der Zwerge. Mit Sascha Grammel, das Bruch, Nina Hagen und vielen anderen. Ich hasse Zwerge. Einer für alle und alle auf ein Ei. Der siebte Zwerg. Demnächst im Kino. Schach. Wie wissen die dich? Ich hab'n paar Fehler gemacht. Schach, schach, schach! Ups.